Wer denn da ist? Der weiß doch nicht mal, welchen vor Ort auf dem Flea oder so. Mit dem Schwarzen, den findet man ja nicht. Doch, wenn er lächelt. Ja, dann hast du dir Geschichtserkennung. Dann wird alles sofort kennen. Tja, das kann jetzt gut sein, wenn da jetzt wirklich was brennt, dass wir hier zwei Stunden draußen rumstehen. So lange doch nicht. Erstmal muss hier Wasser durch den Schlauch und sonst können sie hier wieder das tun. Oh ja, nach 20 Minuten rann ich das im Spiel sowieso automatisch ausgedockt. Aber raus müssen wir doch mal an Dauerleitungen gehen. Nee, das sind Steigleitern. Aber wir können einfach wieder hoch? Was? Die müssen erst...